Ich will erstmal nicht gesehen werden. Bin gleich da. Komm, dreh dich. Könnte der weg? Bin dabei. Wir brauchen jemanden, damit du ihn nicht sehen wirst. Gut. Die Gäste verpissen sich zwei und guckt nach da. Dann gehen die beiden, äh, drei schon mal markiert. Dann gehen die beiden rauf. Abschluss bestätigen. Mal verstanden. Er ist weg. Ich wechsle. Alter. Das war, das war richtig knappe Sache. Ich dachte, jetzt habe ich es schon wie vergeigt. Vor allem, ich liebe ja eigentlich so eine Infiltrationsmission, weil die fordern echt viel Geschick. Und, ja. Sehr viel Koordination, vor allem hier. Da komme ich nicht durch. Was man hier auch haben muss, jetzt momentan. Und vorher auch, wenn man es selbstmäßig durchgehen möchte. Ähm. Wenn man die ganze Auslustung hier geboten würde, würde es ja auch so werden. So Leute, das... ...kriegt man auch hin. Wechsle Position. Okay, Drohne ist mal wieder hoch. Drohne fliegt. Kontakt, geradeaus. Einschütze. Nein. Nein. Nein, nicht wechsle. Aufwand, geht auf dein Ziel. Fakern, in der Hauptsatz, wenn man die Fläche oben hier spürt. Fakern. Feuer. Ich stehe jetzt noch rein. Rechts von uns. Sehst du den Fakr-Container, Danny? So. Scheiße, wir kommen dann. Ah, wo noch welche? Drei. Zwei Ziele markiert. Zwei Ziele. Oh, ich muss jetzt auch wissen. Ziel drei. Vier Ziele. Drei Zeichen. Fünf Ziele. Sag los. Erstmal erzählen. Einen Schnappen. Einen Schnappen. Beziehungsweise erst mal. Sehe einen Schnappen. Einen Schnappen. Okay. Schnappen. Jetzt was geht. Aufwand. Kontakt, ein Schütze. Beim Pracht-Container. Erstmal ausschalten. Ich hoffe, dass es nicht klappt. Schuss bereit. Noch drei. Genau vor uns. Das ist ein Treffer. Da oben. Auf das Signal. Bereit auf dein Signal. Bin bereit. Markiere den Rücken. Feuer, Feuer. Ja. Gut, die Schafschutz weg, sowieso keiner. So, wie viele sind es jetzt? Das sind zwei Ziele. Ziel drei. Drei. Bis jetzt. Bin dabei. Vorne. Auf dein Signal. Da ich jetzt erstmal wieder ein bisschen Stellung wechseln muss. Geht mal. So, leg mal. So, vier. Drei. Drei. E-Position. Die haben hier einen Transporter. Siehe zwei weiter. Geradeaus. Zwei weiter. Die vier. Schuss bereit. Bin bereit. Bin bereit. So, das war's mit denen. Ein Treffer. Gut. Das sind die Drohne. Weiter ausspülen hier. Ich muss da natürlich zum Weg. Bereiten. Feuert. Verhandlung ist an. Scheiße. Wir sind fertig runter. Eindringen. Eindringen. Sieht das jetzt optimal zum Eindringen aus. Ich lass mal meine Drohne so drüber stehe. Ich lass mal meine Drohne so drüber stehe. Also. Also. Gegner. Mäßig. Ist jetzt. Ist jetzt auch. Frei aus. Ich hoffe, dass hier auch kein. Scharfschutz oder sowas steckt. Weil meine Drohne hatte ja nichts angezeigt. Bis jetzt. Ist auch alles okay. Okay. Ich stehe selber auch persönlich. Ich lade nach. Ich werde nochmal nachladen und bisschen Muni mitnehmen. Und den versammeln wir uns mal dort. Wir müssen hier durch. Augen auf. Ah ja. Wird schon. Okay. Jetzt wird schon wieder schwerer mit der taktischen. Planung. Tarnung aktiv. Arbeiten. Weil die Tarnung verschafft uns ein bisschen Zeit. Ich fiel da ein bisschen. Unterwegs. Aber hier ist extrem eng. Sieht gut aus. Aber so verwinkelte Räume mag ich. So. Da hilft uns wieder der Crawler-Trick. Gar nicht schlecht. Macht Trappen. Unter. Setze Drohne rein. Beide. Ja. Ok. Ja. Ja. Ist ja die. Gut. Oh, ich bin ein Lent oder so, das wäre jetzt irgendwo gut. Oder muss ich da durchfliegen, aber das schaffe ich doch von dem Tempo werden. Probieren. Da wurde ich noch bei. Oder ob der Pulsreide so groß ist. Nee. Klar. War ich da. Ha, doof. Ich gucke mal, denn... ... ... ... ... ... Okay, Bewegung bleiben. Dann wird da doch was. Klar schaffen wir das. Wir sind echt schon. Außer es ist natürlich jetzt eine Mission auf Zeit da, was ich nicht hoffe. Tarnung fährt hoch. Okay, das können wir lahm auslösen, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Wechsle die Position. Kontakt direkt voraus. Kanzler 5. Was man aber nicht kann. Den kann man abschießen, ohne dass er gesehen wird. Von 3 Uhr. Klar zu feuer. Haben leichten Kontakt. Auf 12. Feuer frei. Nein. So. Der wird von dem gesehen. Der von dem. Bewachen sich auch alle mehr so. Gleichzeitig. Also wenn der jetzt rum. Nee, der bringt da. Also das ist. Führt auf jeden Fall zur Mission. Äh. Auch wenn der jetzt müde. Auf jeden Fall zum Alarm auslösen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich wollte das ein bisschen vorbereiten. Nee, der guckt nach rechts. Auf jeden Fall. Guckt nach links. Nach vorne. Der sieht die. Dein. Ja, der sieht. Ja, der sieht den. Die ist natürlich nicht nur auf die Abenteile. Der. Ziel vier. Müsste ich den killen, fixen, springen und die Reihe wenden. Obwohl, wenn ich den da wegnehme, den da markiere, irgendwie ist seine Runde relativ groß. Obwohl, wie wird das? Zwischen hier und da wird es brenzlig. Bombe mit Kräule. Aussehen ist lahm. Scheißegal. Einfach Feuer jetzt. Die Maschine startet, bring die Drohne rein. Achso. Was brauche ich denn soweit? Scheiße, fahr, scheiße. Aber ich glaube, ich kann nicht zurück. Bombe am Spiel! Verstanden, Rückzug! Ah, okay. Super, so. Macht's eh gleich vor. Ah, scheiß hoch. Wegweg jetzt, double den. Geht das Ziel, auf dein Zeichen. Ziehen, erledigt. Bin dabei. Auf dein Signal. Bin bereit. Bereit. Los! Er ist tot. Ist auch nur einer. Einer weniger. Wechselposition. Ja gut, das ist doch sicher. ... ... ... ...